Hallo, ihr Deadman-Fans da draußen. Ich begrüße euch. Jetzt gerade bin ich vor der Tür vom Studio von Jan Böhmermann. Moment, ich zeige euch das mal. Ja, ganz geheim. Und wir machen gerade eine Probe für die Show morgen. Und ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich sehr auf Norwegen und mein Reiseplan sieht folgendermaßen aus. Ich starte am Donnerstag von Düsseldorf aus, fliege nach Oslo. Von Oslo nach Tromsø, von Tromsø nach Vardø. Bin ganze 13 Stunden unterwegs. Aber das wird geil, es wird sich lohnen. Ne, leider darf ich das nicht mitnehmen. Das passt nicht in den Flieger. Und ich nehme aber meine Slicks mit und hoffe, dass sie mir da vor Ort ein schönes Schlagzeug zur Verfügung stellen werden. Ja, also ich habe mir schon viel Vardø reingezogen im Netz und bin ganz gespannt. Und kann es kaum erwarten. Ich möchte Notlichter sehen. Ja, wir werden ja nächstes Jahr ein neues Album aufnehmen. Und vielleicht ist da die ein oder andere Nummer schon dabei, die wir ausprobieren werden. Also wird es ganz spannend natürlich auch für die Zuschauer, die die neuen Songs noch nicht kennen. Und für uns natürlich auch, wie die Songs ankommen werden. Und ja, wir haben noch ein paar schöne Gigs vorbereitet. Und ja, kommt vorbei, schaut es euch an. Sunji- 얘기를 an. Und ja, da profession.